Hey Leute, was geht? Keta begrüßt euch zur zweiten Folge von World of Warcraft... Call of Duty World of Warcraft... World at War, meine Fresse. Immer noch die Gesichtsgurken dabei, also der Keta, der... Der... Martin? Nee. Ach, Zynex. Ach, Zynex. Zynex. Ja, und ich übrigens auch noch. Wir kommen übrigens relativ früh gleich durch ein kleines Stück der Map, das aussieht wie Nacht der Untoten. Das wirst du direkt wiedererkennen. Und alle anderen übrigens auch. Ich weiß, ich hab die Map im Singleplayer mal gezockt. Übrigens, Keta. Oh, ich muss gelebt werden. Sehr lieb von dir, dass du mich auch noch erwähnt hast. Hä? Du hast mich vergessen. Ja, ich hab dich doch gesagt. Ich hab doch gesagt, Martin, Mann. Ja. Was soll ich denn sonst noch tun? Hä? Martin schon, oder? Ja. Oh je. Ach, tut mir leid. Ach, meh. Ich habe mich nicht angesprochen gewählt, deswegen habe ich nichts gesagt. Der Typ, der wird gleichzeitig angeschossen, gemessert und verbrannt. Ey, Keta, ich will Kiste gehen. Ja, nix der Kiste. Ey, schau mal, schau mal, komm mal her, da ist ein Easter Egg. Komm mal her. Wo denn? Hier, wo ich bin. Ja. Da unten, wo normal die Kiste ist. Komm her, hier. Hinter dir. Ja. Jetzt, jetzt lies mal. Justizle Papers German. Hier auf dem Boden. Ja. Äh, kann ich jetzt schlecht sehen gerade. Ich sehe nichts. Ja, hier ist diese rote Schrift. Ja. Hey, ich sehe hier nichts. Hier qualmt der Boden, aber sonst? Hä, diese Schrift, wo ich gerade draufliege, siehst du nicht? Nee. Ja, dann musst du dir meine Folge anschauen. Wirklich? Ich schwöre. Ich kann die Flaggen hier abbrennen. Das ist nice gemacht, schau mal. Warte, sind noch was? Hey, schau, hier gibt es noch so ein Death Card. King of Herbs. King of Herpes. Die Karte sieht normalerweise auch ein bisschen anders aus. Wir müssen oben rum, ne? Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Hier kommt man gar nicht durch. Die Tür musst du aufkaufen. Zaynex kauft die Tür auf. Egal. Wir kommen sogar mal durch die Map verrückt durch. Also durch einen Teil der Map. Ja, richtig crazy. Shinonuma allerdings nicht, glaube ich. Und der Riese auch nicht. Durch der Riese, oder? Nee. Nee. Müsstest du mir schon zu dem Zeitpunkt sagen, weil ich habe nur die beiden ersten Maps gesehen. Ich habe es ja schon mal durchgespielt, alleine. Ich nicht. Und da, wo es die PPSH und die STG gibt, das ist die geilste Stelle überhaupt. Yeah. Einmal durch den Schützengraben. Was macht er denn hier? Wie ich denn durch die Hände geballert habe? Hier liegt ne Bazooka. Pass auf, dass du nicht in die Einschüßlöcher reinfällst. Ich gehe mit meiner Bazooka und meine Bazooka mit mir. Da drüben fliegen die Toten und unten sterben wir. Mein Kopf ist ab, er liegt dem Grab, Rabimmel, Rabammel, Rabuck. Ich gehe mit meinem Kopf, ja. Okay. Ach, Ketter. Ey, von wo werde ich hier so krass angeschossen? Rennt doch bitte nicht jemand nach vorne so weit. Sonst muss ich auch da vorne hin. Und dann ist kritischer Hase. Ach, meh. Und übrigens lebt noch ein Panzer. Alle töten. Wie die teilweise hier einfach rumstehen, ne? So teilnahmslos und irgendwo in der Gegend rumballern, aber treffen dich dann trotzdem. Das finde ich schlimm. Du hast irgendwie so, irgendwie schießen alle auf dich, aber du hast gar nicht so das Gefühl, dass überhaupt irgendeiner auf dich schießt, verstehst du? Du kriegst ständig alles ab. Nix da mit drin rumsitzen? Ja. Faule Socke. Los, weg mit dir. Ich benutze jetzt den Triple-Irgendwas. Was machen die da oben noch? Ey, das stört unsere Kumpels gar nicht, dass die da oben immer noch stehen. In ihrem scheiß Ding. Ey! Kriegst du Schaden? Ne. Oh mein Gott! Soll ich mal unser Team erledigen? Ey, du kannst die... Alter, du sammelst fleißig Punkte, aber du kannst die gar nicht erledigen. Also fleißig Minuspunkte. Schieß mal so eine rote... Genau. Das war aber eine kurze Runde auf Nacht der Untoten. Wir müssen uns noch um den Panzer kümmern. Zeinex, 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 Zeinex. Ey, was schreien die, Alter? Das bringt auch nichts, ihr seid trotzdem tot. Ja. Sehe ich auch so. Ja, aber nicht die Japaner. Die haben ja auch andere Augen als wir. Oh, ich bin tot. Oh, ich auch, ich auch. Nein, du nicht. Puh, ich bin so... Du hättest das sehen müssen. Es ist zu episch gewesen gerade. Warum habe ich die Garant, Alter? Ich habe doch gerade eine viel bessere Waffe gehabt. Los, gib her. Oh. Was, Mission schon wieder vorbei, oder wie? Puh. Ja, was ist denn das? Es ist, Kette, ich sehe deinen Arm. Ich sehe gar nicht... Alles, alles schwarz. Oh. Oha. Alles schwarz, wir wurden nach Afrika teleportiert. Ich wette, ich bekomme mehr Punkte wieder. Also ich meine, unter den Sand, deswegen ist alles schwarz. Kette, ich bekomme mehr Punkte wie du. Schau mal. Das heißt, immer noch mehr Punkte als du, aber egal. Maybe. Okay, gut, wenn du meinst. Da schau, 45.000, du hast nur 20.000. Puh, bist halt nicht so fänglich. Ach, ist doch scheißegal, wir haben da beide über 9.000. Baaah. Ha, ha. Ups. Also... Kette. Mhm. Das ist... Ich jetzt einfach mal mauarm. Hey, siehst du, backstab's. Ich backstab dich. Oh, ja. Hanson. Was ist eigentlich mit GTA 5? Sorgst du das noch? Mhm. Theoretisch? Ja. Ich nicht. Ist irgendwie langweilig, der Online-Modus, ne? Ja. Ja. Stimme. Du Schmein. Wie sind wir denn jetzt eigentlich hier gelandet? Was weiß ich. Und wer sind diese Leute, die uns hier gefangen halten? Soll das Deutsche sein? In den PPSH. Ja, deswegen ja. Reznov. Guck dir den an, der sieht aus wie Reznov, das ist zu geil. Und da drüben, da ist Nikolai. Ja. Was ist das für eine Scheiße? Call of Duty ist Postalgie, Alter. Du zockst ein Spiel, was älter ist und erinnerst dich an Sachen, die nacherst kommen. Das ist total sinnlos. Hallo, Panzer. Hallo, Panzer. Puhuhuhu. Ja, diese verdammten Deutschen, ey. Ne, GW43. Mausin Negat ist die Einzige. Wobei die echt gut ist zum Zielen. Ich will auch eine PPSH. Ah, jetzt weiß ich, jetzt weiß ich, was ich damals gemacht habe. Ich habe irgendwie durch einen Hinterhalt, ne, durch eine Granate, die abgeprallt ist, habe ich, ähm, was? Opfer. Ich habe durch eine Granate, die abgeprallt ist, ähm, einen Teamkameraden gekillt, nur um seine PPSH zu kriegen. Kannst du mir aufhören? Nein. Ich bin auch tot. Hä, hä. Hohensohn. Hier liegt der MP40. Geil. Was? Mein Afterburner. Wie der geflogen ist. Hast du gesehen? Ey, hier ist noch eine. Ach, GW43 so nice, ne? Oh, ja. Gesundheit. Gesundheit. Stirb nicht. Ich hätte nie gedacht, dass ich ein World at War Let's Play mache. Ach du Scheiße, was sind das für Granaten? Dicker, von wo? Ja, da oben auf der Brücke. Ach so, habe ich gar nicht gesehen. Ja, bist halt ein Hoare anzauern. Ich bin gerade richtig wild geworden, ey. Oh, deployable MG42. Ja, ich habe es gesehen. Hab's. Das hält zum Glück noch ein bisschen. Au. Was schießt du denn auf mich? Was fällt dir ein? Aber die MP40 ist besser zum Laufen, wirklich. Du kannst im Laufen Leute abschießen. Das ist viel praktischer als alles andere. Du kannst auf alles scheißen. Hier ist Panzerschreck, wenn du haben willst. Ne, ich habe ne... Ja, okay, ich werde es ja auch nehmen. Oh nein, was hast du... Wer schießt mich denn da ab, ey? Ja, auf dem Panzer ist irgendwie, was weiß ich nicht. Ohne Scheiß, du stehst eine Sekunde da, bist direkt tot. Das kennst du doch auch. Ja. Ja. Allzu gut. Zeinex. Danke. Die Brille ist ja nicht mehr. Lass mir die... Meins. Aua. Du Schweinehund. Ich bin tot. Belebe mich, 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 belebe mich. Wo ist denn diese Panzer? Einmal Zeinex zum Mitnehmen, bitte. Quatsch. Hier ist auch noch einer. So. Jetzt nicht mehr. Alter, was für einen krassen Rückstoß die hat. MG42 oder was? Ja. Ja, ist eigentlich, wie gesagt, MP40 kannst du eher spielen. Ja, ich hatte keine Moni mehr. Wie viel verlangen die Videos? Was sagst du? Ah, ich bin gerade am durchschauen. Ich wollte eigentlich Microsoft Word installieren, aber die verlangen da 150 Franken dafür. Wir haben hier noch eine Version rumfliegen, kann ich dir mitbringen, kosten. Aha. Aha. Ja, geht das denn? Muss ich nur mit meinem... Ja, klar, das kannst du auf jedem PC installieren. Ist das 2003er, also damit kannst du eigentlich alles... Ich denke, ich habe... Kannst du alles machen, was du normalerweise machen brauchst? Also... Ich brauche hier nur... Ich brauche hier nur das... Das Word-Dings... Dokumentary. Seit 2003 ist auch nicht mehr viel dazugekommen. Ja, ich muss einfach nur... Ähm... Äh... Schreiben können. Ich habe jetzt ein Programm, das ist so doof. Zum Schreiben. Boah. Wie der weggehauen wurde. So, der Panzer ist auch... Ich weiß nicht, ob man das noch mit Windows 8 installieren kann. Ja, eben, das meine ich ja. Habt ihr euch Windows 10 reserviert? Nein. Wieso sollte ich? Ähm... Weil du das dann gratis bekommst. Okay. Hast du echt nur 5.270 Punkte, oder was? Äh... Du hast weniger wie ich. Ach so. Ja. Oh, mein Gott. Boah, ey, was ist mit meiner Brille los? Ich sehe nichts mehr. Jetzt weiß ich, dass du eine Brille hast. Aha. Äh... Ja, das siehst du aber auch in meinen... In meinen Videos. Das hast du doch auch, Zynex. Das hast du doch auch. Hehe. Wie du gelacht hast hier. So ein richtiger Vendee, Alter. So, hehehehe. Ja gut, klingt schon fast wie mein Lachen. Ey, nein! Ey, ohne Scheiß. Was ist das für eine Kacke? Die ballern einen innerhalb von einer Sekunde nieder. So, Panzer ist daun. Oh, jetzt sehe ich's bitte. Man hat keine Chance, sich groß zu wehren. Boah, ich meine Lachen. Da drehen wir übrigens wieder eine Death-Card bei der toten Kuh. Hier ist eine To... Oh, guck mal. Oh, die lieben. Ja, genau, hier war eine Death-Card. Vorsicht. Hey, schau mal. Ketter. Ja. Die beiden lassen es richtig. Du hast da gerade einen. Ich hab nur 10 Punkte verloren. Ist ein guter Preis. Ja. Hui. Granate. Ah, da hat er. Granate, Granate. Du kannst irgendwo... Ja, genau. Du kannst auch in den Panzer einsteigen, aber irgendwie... Aha, ich bin oben. Zay nex. Oh, du Opfer, du musst laufen. Zay nex. Zay nex. Wieso, ich bin schneller als du. Ja, ist nett und tolerant. Naja, das eher nicht. Zay nex. Zay nex. Ja, ist nett und tolerant. Molotow-Cocktails. Molotow. Da wusch, da wusch. Da wusch, da wusch. Telefon-Mast. Nää. Du heilige Scheiße. Was da alles explodiert. Hey, du schießt mich durch den Rauch ab. Cheetah. Kommunisten. Kapitalisten. Kommunisten. Islamisten. Was denn noch füristen? Christen ist. Revitalisten. Christenisten. Revitalisten. Realisten. Ja, genau. Realisten. Realisten? Nein, das gibt's nicht. Realist. Es gibt nur der Realist, aber... Ich bin Realist. Telefon-Mast. Oh. Was hat's eigentlich mit diesem Telefon-Mast auf sich? Oh, das ist ein Witz, äh, den alten F4 Games mal gebracht hat, so. Ach so. Ich habe... ... das irgendwie nicht mich bekommen, aber ich habe mich so lustig gewonnen. Wenn du auf Plattenhumor stehst, musst du dir auf jeden Fall mal alte F4 Games gehören. Den kann ich dir nur empfehlen. Sehe ich nicht. Wieso nicht? Keine Ahnung. Mag der nicht mehr. Sanitator. Telefon-Mast. Hey, da war er. Wir haben es geschafft. Moment, ist die Mission schon zu Ende? Hey. Ich hoffe mal nicht. Hey, schau mal in das lange Rote rein. Hallo. Juchu. Juchu, viel Spaß beim Explodieren. Wieso? Wie da so die Hand nach oben macht und dann so um ihn herum. Wow. Mit mir schon ein Success. Die Broken Tierchefs. Broken Thumbs. Broken Thumbs. wie viel welches level haben wir schon level 5 achso nee was sagt der team hart landing der land der blatt bernam out müssten wir jetzt glaube ich spielen der nächste spiel doch einfach trinkst du da gerade ich ja gar nichts es hat sich angehört als ob einer mit dem becher irgendwo draus schlürft ja so ungefähr das ist so ein geiler abend heute irgendwie bei westen ich muss ganz kurz schnell weg ja aber komm bloß nicht wieder ne ach so ja okay komm wieder hey kälte du hast einen flammenwerfer dafür bin ich tot obwohl ich nicht mal ich habe nicht mal irgendwas gemacht ich bin seit drei sekunden hier im spiel ach dann da hinten da du hast minus 110 punkte da hinten ist einer ich habe auch minus 10 punkte beleb' ich sei nix beleb' ich da hart war okay das ist anspruchsvoll ich würde ich würde dir vorschlagen nicht nach vorne zu rennen sondern mal in deckung die ganzen retards da abschießen warum lässt er sich nicht abknallen keine ahnung ist so ein richtiger horn so ich treffe den ständig jedes mal ja ich auch richtiger horn so nein bitte ich kann mich nicht mehr bewegen ich kann nicht zurück in gar nichts das ist so scheiße alter was rennst du denn da nach vorne da muss ich ja ich bin eigentlich nicht nach vorne gerannt ich wollte wieder zurück man direkt zurück renn zurück scheiß drauf jetzt bleibe ich hier ist auf seine art sicher auch kettor das ist geil guck mal wo ich liege kann ich nicht ich mach grad ein paar punkte ne läuft bei dir ach ich muss dich ja beleben scheiße ok da du bist so ein vollidiot weißt du das wir haben nicht mehr lange wir haben nur zwei minuten cool vielleicht schaffst du es ja mal hinten zu bleiben sollen das aber ich bin da nicht weggekommen ich konnte nicht mehr nach hinten gehen und da vorne war auch irgendwie ok wenigstens sind wir da gespeichert man ist so schnell tut ein gegner kann dann innerhalb von einer sekunde niederstrecken ganz ehrlich wie blöd ich sagte 30.000 mal bleibt hinten ich bin ich bin nicht so einer die ganze zeit sich in dreck licht und wartet bis die gegner alle kommen ja das solltest du aber sein das ist taktik ja taktik ist aber langweilig im spiel wird sie oder das will man nicht wegen taktik spielen das ist kein spiel das ist Realität Call of Duty ist doch kein taktik Shooter ja man muss auch überlegen mit taktik kann man kommt man oft viel weiter das ist das ist das ist das ist das ist das Leben nein das ist etwas anderes aber aber wie viele das sind alle ausräuchern ja warum vor allen dingen warum ist dann auf einmal einer hinter uns naja du wirst du wirst von winkeln abgeschossen du wirst hier guck mal da oben zum beispiel ne stell dir mal vor du läufst hier einfach nur rum von dem wirst du locker abgeknallt egal hinter welcher deckung du wirst endlich ne typ hast du dich gerade selbst gekillt nö was ey wir sind durch mit der folge na leute wir sehen uns in der nächsten folge von world at war wieder bis dann tschau tschau b